Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Wolfenstein 3D, Episode Nummer 4, ein dunkles Geheimnis, wo wir uns um alle Geheimnisse kümmern in Level Nummer 1. So, das ist nicht sehr groß und beherbergt neben neuen Feinden ganze drei Geheimnisse. So, als erstes gehen wir hier stur geradeaus und drücken hier mal auf Hitler drauf und stellen fest, hier gibt es Munition und hier drüben gibt es lecker Happa Happa. So, dann können wir hier nach rechts und hier gehen wir durch den Steinhirlgarten. Am besten wieder rechts an der Wand halten oder links an der Wand, spielt keine Rolle. Und Vorsicht, hier kommen gleich ein paar Soldaten auf einmal. Genau. So, hier gibt es nämlich den goldenen Schlüssel. Den brauchen wir nämlich. So. So. Hier ist noch Zeug. So, jetzt sind wir wieder raus. Jetzt gehen wir mal hier rein. So, hier wird es jetzt ein bisschen tricky. So, hier muss ich glaube ich hier sein. Oder auch schon nicht. Okay, dann grase ich erstmal alles ab hier. Aha. Hier sind die goldenen Türen. Ähm, die verschlossenen Türen. So, und zwar, wenn wir uns das jetzt hier so angucken. Na, sehen wir hier in Summe. Ich fülle das hier mal so ein bisschen aus. Aber ihr könnt euch das Muster hier schon denken. So, so sieht das Ganze aus. Und da gibt es... Und da gibt es... Hier noch die Wand. Beim dritten rechts... Hier. Ein Geheimnis. Schnuffig. Gleich die gute Knarre. Und... Beim letzten, also mittlere Reihe, ganz rechts... Hier. Achso, so. Von unten nach oben. So. Und das waren sie auch schon. Also mal gucken. 8 von 8 Enemies. Und 3 von 3 Geheimnissen. Mehr ist es nicht. Das heißt, hier gibt es jetzt auch keine Überraschung. Nö, das ist schön. Ein paar Schätze haben wir noch verpasst. Satt, Ballot. Aber hier geht es ja um die Geheimnisse. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Fürs nächste Level. Bis gleich.